Okay, als nächstes kommt der Hindernis-Parcours. Wenn Sie den überstehen, sind Sie ganz weit vorn, Hüter dieser Stadt zu werden. Das ist Paul Blatt. Ist mit dem Test zu mir leitet. Nächstes Jahr schaff ich's, ganz bestimmt. Oh, lecker Kuchen. Versiegelt gebrochene Herzen. Ewe, oh Schmerz. Dein großer Traum war schon immer... Paul Blatt, Kaufhauskopf. ...das Einkaufszentrum von West Orange zu bewachen. Ich muss Sie vorladen. Sir, Sir, ich warne Sie, Sir. Sir, Sie sind ein gemeiner alter Mann. Von Columbia Pictures. Unsere Security ist gut, aber letztendlich hoffen wir einfach, dass nie was schief läuft. Raus mit euch! Bewegt euch, bewegt euch! Ein paar Spinner versuchen, das Kaufhaus zu übernehmen. Hilfe ist auf dem Weg. Oh Gott. Sie müssen das Gebäude sofort verlassen. Bis dahin... Ich hab geschworen, dieses Kaufhaus und alles darin zu schützen. ...macht es der Kaufhauskopf. Weint der etwa? Von Happy Madison. Halt dich zusammen. Nicht so wild. Der einzige, der bereit ist für diesen Job. Keiner kennt das Kaufhauskopf, der Kanzi. Ist der letzte, mit dem Sie gerechnet haben. Wer ist der Kanz? Sicherheit macht niemals Urlaub. Kevin James ist der Kaufhauskopf. Halt dich. Halt! Halt! Halt!